10, 5, 10, 17, 15. 15, oder? Und dann kommen die jetzt 10 Bier. 10 Bier, das sind 20. Was war das doch? Aber das ist Essen. Hallo, 10, 20, Entkümmerling kostet 2,50. Soll ich jetzt abbrechen und nehme die Rechnung mit? Und zählst du dann bei dir ein paar Stunden. So, das ist zusammen. Warte, wir haben jetzt noch mal Ficken gehen. Nee, Ficken brauchst du nicht. Die sind alle krank, die sind alle behindert. So, was hast du gesagt? Kümmerling 2,50. Ja, Bier kostet 2. So, dann machst du 10 Euro. 15 und 8. 2 Bier und 3 Kümmerling. Nee, nee, ihr macht alles zusammen. Legen und dann machen die das. Legen alle zusammen und dann müsst ihr das rauskommen. Ja, gebt mir NRT Euro und die Restkinder machen. Wenn ihr Lust habt. Ich bin das. Vielen Dank.